Ja, und somit herzlich willkommen zu Anger Food. Ich würd sagen, wir starten gleich mal. Die Musik geht richtig ab. Ab ins Spiel. Beziehungsweise in die Demo. Ich hab die Musik extra mal so laut gelassen. Da ist ja einfach. Zerstörung. Was? Mir gehts gut. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Warte. Kira denne. Kack muss in der Toilette. Alter. Wie gut. 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 Ich wollte trinken! Gib mir die Blöde! Junge, Junge! Ich tröne mich hier gerade richtig zu! Wie gut das ist! Welter! Boah! Die Sicht! Gehen noch mehr? Ja, sicherlich! Gehen noch mehr! Nooo! Wie er abgeht! Junge! Oh ne, jetzt müssen wir von vorne anstarten! BAM! Zwei Offense! Das Game ist geil! War's das? Ich glaub das war's! Nice! Hä? 15 von 16? Ne! Das lass' ich nicht auf mir sitzen! Irgendjemand hab' ich verpasst! Uuuuh! Da ist noch Pisse drin! Uuuuh! Spaghetti Boy! Boah! Wie der gefrogen ist! Wie der gefrogen ist! Wie der gefrogen ist! Boah! DJ Ultras Climb! atalter Alter! Pfff! 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 Pff! Pfff! 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 Tivis kann man nicht zerstören! Pfff! Pff! was für ein schlachtfest! haben wir jetzt alle? 16 von 16, nice! feed only, 1,22 kleine Techies, was ist das? Verschiedene Schuhe, ok! Not available in Demo! Nice! Level 2! Weiter geht's! Geiles Game auf jeden Fall! Macht Laune! Zerstörung ist eh immer gut! Uh, eine Waffe! Haha, der Kopf hier! Nennet ihr den Ring kurz mal! Holy Shit! Oh no! Der war hier auf dem Klo! Am Ende gibt's bestimmt noch solche kleinen Secrets Holy Shit! Wie das abgeht! Shit! Shit! Das lief jetzt nicht so gut! Da wollte ich zu schnell durch! Da wollte ich zu schnell durch! Kann man auch mehrere NG Drinks nehmen? Fuck! Holy Shit! Oh! Hu! Alte! Alte Schwede! Oh, wie das abgeht mit diesen Energydrinks! Kurz mal ein Bier. Keine Drogen. Keine Drogen. Rechte Blumen. Shit! Neue Waffe! Ich glaube da gehts weiter, deshalb gehen wir zuerst mal hier durch! Holy smokes! Ich glaube das Spiel wird noch richtig schwer. Zum späteren Zeitpunkt. Alt! Die Musik ist richtig nice! Level Clear! 16 von 16! Drink 10 Beverages! Nice! Weiter gehts! Level 3! Soweit ich weiss ist glaube ich die Demo fast eine Stunde lang! Oh ja! Der Basketab! Ich frage mich ob man sich mit dem Bier auch heilt. Und ob das bloß... Alt! Die Kippen! Zerstörung pur! Man kann die Kno. Chit! Shit! Shit! Dude, ich saß hier auf dem Klo. Wie eklig. Shit, Knarrelehr. Nächste Knarrelehr. Noch jemand? Nee. Alle tot. Gib mir einen Drink, please. Alter, wie das abgeht. So nice. Okay, bloß'n Schrank. Hier ne Bung. Alter. Yo, was ist denn hier los? Irgendjemand ne Knarre, please? Alter, die war leer. Die ist auch leer. Bringt mir nix. Die ist voll. Yo, was hab ich da getan? Irgendwas hier drin, ne? Jetzt geht's ab. Alter, wie viele? Knarre ist leer. So, ist noch jemand? Alle tot? Alle tot? Holy smokes. Das geht ab wie Sahne. Oh shit, sorry. Kaffee? Nicht für mich. Was für ne Verwüstung. Junge, Junge, Junge. Wie das aussieht. Ich glaub' wir haben alles. Ich glaub' wir haben alles. Oder doch nicht. Der Raum war mies. Den hätte ich fast übersehen. Ich glaub' ich glaub' ich glaub' jetzt haben wir alles. Also, let's go nach oben. Level clear. 30 von 30. Throw away 20 guns. Der Typ, der Mausteiger ist auch ein Fuss. Ey, das Spiel wird sowas von gekauft. Solche Games sind geil. Weiter geht's mit Level... 4. Ja, ne? Sniff mal schön am Fuss. Sniff mal schön am Fuss. Oh, baby. Oh. Wieso? Nimm. Nimm. Nimm, Schatzie. Nimm. Komm. Komm. Nimm. Nimm. Mhh. Lecker. Schönes Fusspopcorn. Oh, das Foto links. Süß. Komm, nimm noch mal. Mhh, lecker. Was schützt sie dir? Mhh. Mhh. Und schön mit den Pflastern und auch schön im Gesicht rumreiben. Ja, ist ja jetzt gut. Hallo? Gut, gut, gut. Angryfoot? Noticed anything missing? You'll regret it for interfering with the crime gang. Check your fax machine. Kannst du die Faxmaschine mal checken, Schnuckiputzi? Bitte? Hm? Zeig mal her. We have Arthur. Oh shit. Korrupte Cops. Der hat einfach meinen Schuh geklaut. Nicht Arthur. Oh mein Gott.